Die Special Olympics World Winter Games 2017 kommen nach Österreich. Bei der Auftaktveranstaltung im Haus des Sports sprechen Botschafter und Sponsoren über Revisionen und Vorfreude. Ich beziehe mit den Special Olympics ein Bewegungsveranstaltung, das den Weltraum alle zusammenhören möchte. Wir spielen Sport, wir spielen, wir spielen, wir spielen, wir spielen, wir kommen in Austria mit 100 Nationen. Und was ich mit diesen 100 Nationen, mit diesen 2.500 oder mehr Athleten, ist das einzige Komitee, um den Weltraum zu zeigen, dass wir zusammen spielen können und leben können. Wir sind stolzer Gründungspartner Coca-Cola und wir arbeiten seit zwei Jahren an dem Projekt. Und das gesamte Team, das dahinter steht, ist immer mehr in dieses Thema hineingewachsen. Wir bemühen uns für das nächste Jahr ein tolles Programm auf die Beine stellen. Es wird auf den Packungen bei Coca-Cola drauf sein. Wir werden eine eigene Musik haben und wir werden auch in der Werbung kräftig mitmischen. Also Special Olympics everywhere. Ich glaube, das wird spannend, rührend und es ist eine absolut notwendige Geschichte. Ich komme aus Irland und 2003 war ich im Sommer Special Olympics World Games in Irland. Es gab 80.000 Menschen im Stadion. Es war ein unglaubliches, unglaubliches Event. Ich bin sehr froh, ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh, ich bin sehr froh, ich bin sehr froh, ich bin sehr froh. 2017 haben wir diese nachhaltigen Ziele fixiert und wir sehen jetzt schon die ersten Resultate, die daraus kommen. Freiwillige Hilfe nicht enden, freiwillige Hilfe nicht enden wollen. Eine FHU-Arneum, die sie öffnen mit seinen 4.000 Studenten über alle Departments für Inklusion. Und Sportvereine, die uns mehr denn je unterstützen und besser könnte es nicht sein. Es geht um Mut, Leidenschaft, Freude, Spaß und ein gemeinsames Miteinander. Ich glaube, das transportiert kaum ein sportliches Event oder überhaupt ein Event so gut wie die Special Olympics. Und da jetzt ein Teil davon zu sein, ist schon sehr, sehr lässig. Aus Deutsch, ich freue mich, ja. Ich freue mich, ich freue mich der Special Olympics in Schladming, ja. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich die erste Botschafterin bin von Special Olympics Österreich. Bitte kommen Sie zu den Special Olympics World Winter Games 2017 in Schladming und unterstützen Sie unsere Sportler in den Trainings, in den Wettbewerben, in den Motivationen. Auch bitte, wann Sie traurig sind. Danke. Vielen Dank.